das wunderkind von thomas mann das wunderkind kommt herein im saale wird's still es wird still und dann beginnen die leute zu klatschen weil irgendwo seitwärts ein geborener herrscher und herdenführer zuerst in die hände geschlagen hat sie haben noch nichts gehört aber sie klatschen beifall denn ein gewaltiger reklameapparat hat dem wunderkind vorgearbeitet und die leute sind schon betört ob sie es wissen oder nicht das wunderkind kommt hinter einem prachtvollen wandschirm hervor der ganz mit empirekränzen und großen fabelblumen bestickt ist und klettert hurtig die stufen zum podium empor und geht in den applaus hinein wie in ein bad ein wenig fröstelnd vor einem kleinen schauer angeweht aber doch wie in ein freundliches element es geht an den rand des podiums vor lächelt als sollte es fotografiert werden und dankt mit einem kleinen schüchternen und lieblichen damengruß obgleich es ein knabe ist es ist ganz in weiße seide gekleidet was eine gewisse rührung im saale verbreitet es trägt ein weißseidendes jäckchen von phantastischem schnitt mit einer scherpe darunter und sogar seine schuhe sind aus weißer seide aber gegen die weißseidenen höschen stechen scharf die bloßen beinchen ab die ganz braun sind denn es ist ein griechen knabe bibi satzella philakas heißt er dies ist einmal sein name von welchem vornamen bibi die abkürzung oder koseform ist weiß niemand ausgenommen der impresario und er betrachtet es als geschäftsgeheimnis bibi hat glattes schwarzes haar das ihn bis zu den schultern hinabhängt und trotzdem seitwärts gescheitelt und mit einer kleinen seidenen schleife aus der schmal gewölbten bräunlichen stirn zurückgebunden ist er hat das harmloseste kindergesichtchen von der welt ein unfertiges näschen und einen ahnungslosen mund nur die partie unter seinem pechschwarzen mausaugen ist schon ein wenig matt und von zwei charakterzügen deutlich begrenzt er sieht aus als sei er neun jahre alt zählt aber erst acht und wird für siebenjährig ausgegeben die leute wissen selbst nicht ob sie es eigentlich glauben vielleicht wissen sie es besser und glauben dennoch daran wie sie es in so manchen fällen zu tun gewohnt sind ein wenig lüge denken sie gehört zur schönheit wo denken sie bliebe die erbauung und erhebung nach dem alltag wenn man nicht ein bißchen guten willen mitbrächte fünf gerade sein zu lassen und sie haben ganz recht in ihren leutehirnen das wunderkind dankt bis das begrüßungsgeprassel sich legt dann geht es zum flügel und die leute werfen einen letzten blick auf das programm zuerst kommt marche solenel dann refri und dann le hibui le moeno alles von bibisazella filakas das ganze programm ist von ihm es sind seine kompositionen er kann sie zwar nicht aufschreiben aber er hat sie alle in seinem kleinen ungewöhnlichen kopf und es muß ihnen künstlerische bedeutung zugestanden werden wie ernst und sachlich auf den plakaten vermerkt ist die der impresario abgefasst hat es scheint daß der impresario dieses zugeständnis seiner kritischen natur in harten kämpfen abgerungen hat das wunderkind setzt sich auf den drehsessel und angelt mit seinen beinchen nach den pedalen die vermittels eines sinnreichen mechanismus viel höher angebracht sind als gewöhnlich damit bibi sie erreichen kann es ist sein eigener flügel den er überall hin mitnimmt er ruht auf holzböcken und seine politur ist ziemlich strapaziert von den vielen transporten aber das alles macht die sache nur interessanter bibi setzt seine weißseidenen füße auf die pedale dann macht er eine kleine spitzfindige mine sieht gerade aus und hebt die rechte hand es ist ein bräunliches naives kinderhändchen aber das gelenk ist stark und unkindlich und zeigt hart ausgearbeitete knöchel seine mine macht bibi für die leute weil er weiß daß er sie ein wenig unterhalten muß aber er selbst für seinen teil hat im stillen sein besonderes vergnügen bei der sache ein vergnügen das er niemandem beschreiben könnte es ist dieses brickelnde glück dieser heimliche wonneschauer der ihn jedesmal überrieselt wenn er wieder in einem offenen klavier sitzt er wird das niemals verlieren wieder bietet sich ihm die tastatur da diese sieben schwarzweißen oktaven unter denen es sich so oft in abenteuer und tieferregende schicksale verloren und die doch wieder so reinlich und unberührt erscheinen wie eine geputzte zeichentafel es ist die musik die ganze musik die vor ihm liegt sie liegt vor ihm ausgebreitet wie ein lockendes meer und er kann sich hineinstürzen und selig schwimmen sich tragen und entführen lassen und im sturme gänzlich untergehen und dennoch dabei die herrschaft in händen halten regieren und verfügen er hält seine rechte hand in die luft im saal ist atemlose stille es ist diese spannung vor dem ersten ton wie wird es anfangen so fängt es an und bibi holt mit seinem zeigefinger den ersten ton aus dem flügel einen ganz unerwartet kraftvollen ton in der mittellage ähnlich einem trompetenstoß andere fügen sich daran eine introduktion ergibt sich man löst die glieder es ist ein prunkhafter saal gelegen in einem modischen gasthof ersten ranges mit rosig fleischlichen gemälden an den wänden mit üppigen pfeilern um schnürkelten spiegeln und einer unzahl einem wahren weltensystem von elektrischen glühlampen die in dolden in ganzen bündeln überall hervorsprießen und in raum mit einem weit über tag hellen dünnen goldigen himmlischen licht durchzittern kein stuhl ist unbesetzt ja selbst in den seitengängen und im hintergrunde stehen die leute vorn wo es zwölf mark kostet denn der impresario huldigt dem prinzip der ehrfurcht gebietenden preise reiht sich die vornehme gesellschaft es ist in den höchsten kreisen ein lebhaftes interesse für das wunderkind vorhanden man sieht viele uniformen viel erwählten geschmack der toilette sogar eine anzahl von kindern ist da die auf wohlerzogene art ihre beine vom stuhl hängen lassen und mit glänzenden augen ihren kleinen begnadeten weißseidenen kollegen betrachten vorn links sitzt die mutter des wunderkindes eine äußerst beleibte dame mit gepudertem doppelkinn und einer feder auf dem kopf und an ihrer seite der impresario ein herr von orientalischem typus mit großen goldenen knöpfen an den weit hervorstehenden manschetten aber vorn in der mitte sitzt die prinzessin es ist eine kleine runzelige verschrumpelte alte prinzessin sie fördert die künste so weit sie zartsinnig sind sie sitzt in einem tiefen sametfuitoi und zu ihren füßen sind perser teppiche ausgebreitet sie hält die hände dicht unter der brust auf ihrem grau gestreiften seidenkleid zusammengelegt beugt den kopf zur seite und bietet ein bild vornehmend friedens in das sie dem arbeitenden wunderkinde zuschaut neben ihr sitzt ihre hofdame die sogar ein grün gestreiftes seidenkleid trägt aber darum ist sie doch nur eine hofdame und darf sich nicht einmal anlehnen bibi schließt unter großem gepränge mit welcher kraft dieser knirps den flügel behandelt man traut seinen ohren nicht das thema des marsches eine schwunghafte enthusiastische melodie bricht in voller harmonischer ausstattung noch einmal hervor breit und prahlerisch und bibi wirft bei jedem takt den oberkörper zurück als marschierte er triumphierend im festzuge dann schließt er gewaltig schiebt sich gebückt und seitwärts vom sessel herunter und lauert lächelnd auf den applaus und der applaus bricht los einmütig gerührt begeistert seht doch was für zierliche hüften das kind hat in dess es einen kleinen damengruß exekutiert klatscht klatscht wartet nun ziehe ich meine handschuhe aus bravo kleiner satzofylax oder wie du heißt aber das ist ja ein teufelskerl bibi muß dreimal wieder hinter dem wandschirm hervorkommen ehe man ruhe gibt einige nachzügler verspätete ankömmlinge drängen von hinten herein und bringen sich mühsam im vollen saale unter dann nimmt das konzert seinen fortgang bibi säuselt seine refri die ganz aus abrägien besteht über welche sich manchmal mit schwachen flügeln ein stückchen melodie erhebt und dann spielt er le hibui le moeno dieses stück hat durchschlagenden erfolg übt eine zündende wirkung es ist ein richtiges kinderstück und von wunderbarer anschaulichkeit im baß sieht man den uhu sitzen und grämlich mit seinen schleieraugen klappen in dessen diskant zugleich frech und ängstlich die spatzen schwirren die ihn necken wollen bibi wird viermal hervorgejubelt nach dieser pièce ein hotelbedienter mit blanken knöpfen trägt ihm drei große lorbeerkränze aufs podium hinauf und hält sie von der seite vor ihn hin während bibi grüßt und dankt sogar die prinzessin beteiligt sich an den applaus indem sie ganz zart ihre flachen hände gegeneinander bewegt ohne daß es irgendeinen laut ergibt wie dieser kleine versierte wicht den beifall hinzuziehen versteht er läßt hinter dem wandschirm auf sich warten versäumt sich ein bißchen auf dem stufen zum podium betrachtet mit kindischen vergnügen die bunten atlasschleifen der kränze obgleich sie ihn längst schon langweilen grüßt lieblich und zögernd und läßt den leuten zeit sich auszutoben damit nichts von dem wertvollen geräusch ihre hände verloren gehe le hibui ist mein reißer denkt er denn diesen ausdruck hat er vom impresario gelernt nachher kommt die fontaisie die eigentlich viel besser ist besonders die stelle wo es nach cis geht aber ihr habt ja an diesem hibui einen narren gefressen ihr publikum obgleich er das erste und dümmste ist was ich gemacht habe und er dankt lieblich dann spielt er eine meditation und dann eine etüde es ist ein ordentlich umfangreiches programm die meditation geht ganz ähnlich wie die reverie was kein einwand gegen sie ist und in der etüde zeigt bibi all seine technische fertigkeit die übrigens hinter seiner erfindungsgabe ein wenig zurücksteht aber dann kommt die fontaisie sie ist sein lieblingsstück er spielt sie jedesmal ein bißchen anders behandelt sie frei und überrascht sich zuweilen selbst dabei durch neue einfälle und wendungen wenn er seinen guten abend hat er sitzt und spielt ganz klein und weiß glänzend vor dem großen schwarzen flügel allein und außer koren auf dem podium über der verschwommenen menschenmasse die zusammen nur eine dumpfe schwer bewegliche seele hat auf die er mit seiner einzelnen und herausgehobenen seele wirken soll sein weiches schwarzes haar ist ihm mitsamt der weißseidenen schleife in die stirn gefallen seine stark knorrigen drainierten handgelenke arbeiten und man sieht die muskeln seiner bräunlichen kindlichen wangen erbeben zuweilen kommen sekunden des vergessens und allein seins wo seine seltsamen matt umränderten mausaugen zur seite gleiten vom publikum weg auf die bemalte saalwand an seiner seite durch die sie hindurch blicken um sich in einer ereignisvollen von vagen leben erfüllten weite zu verlieren aber dann zuckt ein blick aus dem augenwinkel zurück in den saal und erst wieder vor den leuten klage und jubel aufschwung und tiefer stürz meine fontaisie denkt bibi ganz liebevoll hört doch nun kommt die stelle wo es nach zis geht und er läßt die verschiebung spielen indes es nach zis geht ob sie es merken ach nein bewahre sie merken es nicht und darum verführt er wenigstens einen hübschen augenausschlag zum pläufon damit sie doch etwas zu sehen haben die leute sitzen in langen reihen und sehen dem wunderkinder zu sie denken auch allerlei in ihren leutehirnen ein alter herr mit einem weißen bart einem siegelring am zeigefinger und einer knolligen geschwulst auf der klatze einem auswuchs wenn man will denkt bei eigentlich sollte man sich schämen man hat es nie über drei jäger aus kurpfalz hinausgebracht und da sitzt man nun als eisgrauer kerl und läßt sich von diesem drei käse hoch wunderdinge vormachen aber man muß bedenken daß es von oben kommt gott verteilt seine gaben du hast nichts zu tun und es ist keine schande ein gewöhnlicher mensch zu sein es ist etwas wie mit dem jesuskind man darf sich vor einem kinde beugen ohne sich schämen zu müssen wie seltsam wohltuend das ist er wagt nicht zu denken wie süß das ist süß wäre blamabel für einen kräftigen alten herrn aber er fühlt es er fühlt es dennoch kunst denkt der geschäftsmann mit der papageiennase ja freilich das bringt ein bisschen schimmer ins leben ein wenig klingklang und weiße seide übrigens schneidet er nicht übel ab es sind reichlich fünfzig plätze zu zwölf mark verkauft das macht allein sechshundert mark und dann alles übrige bringt man saalmiete beleuchtung und programme in abzug so bleiben gut und gern tausend mark netto das ist mitzunehmen nun das war chopin was er da eben zum besten gab denkt die klavierlehrerin eine spitznäsige dame in den jahren da die hoffnungen sich schlafen legen und der verstand an schärfe gewinnt man darf sagen daß er nicht sehr unmittelbar ist ich werde nachher äußern er ist wenig unmittelbar das klingt gut übrigens ist seine handhaltung vollständig unerzogen man muß einen taler auf den handrücken legen können ich würde ihn mit dem lineal behandeln ein junges mädchen das ganz wechseln aussieht und sich in einem gespannten alter befindet in welchem man sehr wohl auf delikate gedanken verfallen kann denkt im geheimen aber was ist das was spielt er da es ist ja die leidenschaft die er da spielt aber er ist doch ein kind wenn er mich küßte so wäre es als küßte mein kleiner bruder mich es wäre kein kuß gibt es denn eine losgelöste leidenschaft eine leidenschaft an sich und ohne irdischen gegenstand die nur ein inbrünstiges kinderspiel wäre gut wenn ich dies laut sagte würde man mir lebertram verabfolgen so ist die welt an einem pfeiler steht ein offizier er betrachtet den erfolgreichen bibi und denkt du bist etwas und ich bin etwas jeder auf seine art im übrigen zieht er die absätze zusammen und zollt dem wunderkinde den respekt den er allen bestehenden mächten zollt aber der kritiker ein alternder mann in blankem schwarzen rock und aufgekrämmten bespritzten weinkleidern sitzt auf seinem freiplatze und denkt man sehe ihn an diesen bibi diesen fratz als einzelwesen hat er noch ein ende zu wachsen aber als typus ist er ganz fertig als typus des künstlers er hat in sicht des künstlers hoheit und seine würdelosigkeit seine charlatanerie und seinen heiligen funken seine verachtung und seinen heimlichen rausch aber das darf ich nicht schreiben es ist zu gut ach glaubt mir ich wäre selbst ein künstler geworden wenn ich nicht das alles so klar durchschaute da ist das wunderkind fertig und ein wahrer sturm erhebt sich im saale er muß hervor und wieder hervor hinter seinem wandschirm der mann mit den blanken knöpfen schleppt neue kränze herbei vier lorbeerkränze eine lyra aus feichen ein bukett aus rosen er hat nicht arme genug dem wunderkinder all die spenden zu reichen der impresario begibt sich persönlich aufs podium um ihm behilflich zu sein er hängt einen lorbeerkranz um bibis hals er streichelt zärtlich sein schwarzes haar und plötzlich wie übermannt beugt er sich nieder und gibt dem wunderkinder einen kuß einen schallenden kuß gerade auf den mund da aber schwillt der sturm zum orkan dieser kuß fährt wie ein elektrischer stoß in den saal durchläuft die menge wie ein nervöser schauer ein tolles lärmbedürfnis reißt die leute hin laute hochrufe mischen sich in das wilde geprassel der hände einige von bibis kleinen gewöhnlichen kameraden dort unten wehen mit ihren taschentüchern aber der kritiker denkt freilich dieser impresario kuß mußte kommen ein alter wirksamer scherz ja herr gott wenn man nicht alles so klar durchschaute und dann geht das konzert des wunderkindes zu ende um halb acht uhr hat es angefangen um halb neun uhr ist es aus das podium ist voller grenze und zwei kleine blumentöpfe stehen auf den lampenbrettern des flügels bibi spielt als letzte nummer seine rhapsody greck welche schließlich in die griechische hymne übergeht und seine anwesenden landsleute hätten nicht übel lust mitzusingen wenn es nicht ein vornehmes konzert wäre dafür entschädigen sie sich am schluß durch einen gewaltigen lärm einen heißblütigen radau eine nationale demonstration aber der alternde kritiker denkt freilich die hymne mußte kommen man spielt die sache auf ein anderes gebiet hinüber man läßt kein begeisterungsmittel unversucht ich werde schreiben daß das unkünstlerisch ist aber vielleicht ist es gerade künstlerisch was ist der künstler einhands wurst die kritik ist das höchste aber das darf ich nicht schreiben und er entfernt sich in seiner bespritzten hosen nach neun oder zehn hervorrufen begibt sich das erhitzte wunderkind nicht mehr hinter den wandschirm sondern geht zu seiner mama und dem impresario hinunter in den saal die leute stehen zwischen den durcheinandergerückten stühlen und applaudieren und drängen vorwärts um bibi aus der nähe zu sehen einige wollen auch die prinzessin sehen es bilden sich vor dem podium zwei dichte kreise um das wunderkind und um die prinzessin und man weiß nicht recht wer von beiden eigentlich zerg hält aber die hofdame verfügt sich auf befehl zu bibi sie zupft und klettert ein wenig an seiner seidenen jacke um ihn hoffähig zu machen führt ihn am arm vor die prinzessin und bedeutet ihm ernst ihrer königlichen hoheit die hand zu küssen wie machst du es kind fragt die prinzessin kommt es dir von selbst in den sinn wenn du niedersitzest oui madame antwortet bibi aber inwendig denkt er ach du dumme alte prinzessin dann dreht er sich scheu und unerzogen um und geht wieder zu seinen angehörigen draußen an den garderoben herrscht dichtes gewühl man hält seine nummer empor man empfängt mit offenen armen pelze schale und gummischuhe über die tische hinüber irgendwo steht die klavierlehrerin unter bekannten und hält kritik er ist wenig unmittelbar sagt sie laut und sieht sich um vor einem der großen wandspiegel läßt sich eine junge vornehme dame von ihren brüdern zwei leutnants abendmantel und pelzschuhe anlegen sie ist wunderschön mit ihren stahlblauen augen und ihrem klaren reinrassigen gesicht ein richtiges edelfräulein als sie fertig ist wartet sie auf ihre brüder steh nicht zu lange vor dem spiegel adolf sagt sie leise und ärgerlich zu dem einen der sich von dem anblick seines hübschen simplen gesichts nicht trennen kann nun das ist gut leutnant adolf wird sich doch vor dem spiegel seinen pelteau zuknöpfen dürfen mit ihrer gütigen erlaubnis dann gehen sie und draußen auf der straße wo die bogenlampen trübe durch den schneenebel schimmern fängt leutnant adolf im gehen ein bißchen an auszuschlagen mit emporgeklappten kragen und die hände den schrägen manteltaschen auf dem hartgefrorenen schnee einen kleinen nigurdens aufzuführen weil es so kalt ist ein kind denkt das unfriesete mädchen welches mit frei hängenden armen in begleitung eines düsteren jünglings hinter ihnen geht ein liebenswürdiges kind dort drinnen war ein verehrungswürdiges und mit lauter eintöniger stimme sagt sie wir sind alle wunderkinder wir schaffenden nun denkt der alte herr der es nicht über drei jäger aus kurpfalz hinausgebracht hat und dessen auswuchs jetzt von einem zylinder bedeckt ist was ist denn das eine füthia wie mir scheint aber der düstere jüngling der sie aufs wort versteht nickt langsam dann schweigen sie und das unfrisierte mädchen blickt den drei adeligen geschwistern nach sie verachtet sie aber sie blickt ihnen nach bis sie um die ecke entschwunden sind sie 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 sie